Komm, den nehmen wir mit. Alter Schwede, das ist ja wieder mal am anderen Ende der Stadt. Heilige Scheiße, ey. Naja, was wird's machen? Hier war ich, glaube ich, sogar noch nie. Die Karte baut sich gerade unten auf. Erkunde ich gerade zum ersten Mal hier alles sozusagen. Ah, wahrscheinlich da in dem Gebäude oder an dem Gebäude dran. Na dann. Oh, Kinder, ey. Die kann man auch nicht beiseite schubsen oder so, ne? So wie die anderen, das ist ja mal richtig beschissen. Ja, egal. Ich heile mich auch wieder. Oder oben auf den Hügel? Okay. Wo zur Hölle ist das? Alter! Ich dachte, ich bin schon fast da. Ach du Scheiße, ey. Da hab ich mir ja wieder was, ein Ziel ausgesucht hier. Naja, egal. Ich kann mich zurück teleportieren. Oder schnell Reise machen. Ach ja. War ich hier überhaupt schon mal? Ich weiß gar nicht, was... Doch, hier war ich schon mal. War ich hier schon mal? Alter, ich bin voll verwirrt. Oh, verdammt. Zack. Jawohl, ja. Alter, die werden aber auch einfach nur hier erledigt von mir, ne? Hallo? Wieso kann ich das nicht kontern? Verpiss dich! So, ich hab hier doch mal ein geiles Schwert, ne? Uh, noch eine Kopfnuss verpasst. Geht da schon wieder los, dass hier immer mehr kommen? Ey. Jawohl, ja. War zwar nicht ganz mit drauf, aber egal. Alter, diese Rolle... Springt man ihm erst... Springt man ihn da erst an und dann... Rollt man sich noch ab. Sieht geil aus. Und ist es auch. Na, da ist mir nichts besseres eingefallen. Kann ich hier? Ne, kann ich nicht. Oh, kann ich auch streicheln, die Ziege hier? Was ist mit den Viechern hier? Kann ich die jagen, so wie Tauben oder so? Alter, die haben ja gar keinen Schiss mal. Aha. Sollte man so? Was? Kann ich jetzt... Oh, warte mal. Dann nicht. Egal, hier haben wir die Kiste. Nochmal 1250 bekommen. Geil. Noch irgendwas? Ne, das war's. So, kann ich mich denn hierhin teleportieren? Nein. Hierhin? Nein. Dahin? Nein. Alter, egal. Dann dann halt wieder mal per Pädes. Und ich trinke davor noch mal kurz einen Schluck. Ah, oh ja. So, 300 Meter, das wird auch angezeigt. Ne, sehr gut. Oh, ne Ratte, kann ich die auch streicheln? Zertrampeln? Ne, auch nicht. Naja. Alter, ich hätte wohl gerne irgendwie so einen eigenen Hund oder so einen Wolf oder so. Der dann mit mir kämpft quasi. Ich meine, ich bin Indianer, zum Teil. Die hatten doch eigentlich immer Tiere zur Hilfe, sag ich mal. Also als Helfer. Warum dann nicht auch im Kampf? Ach ja. Na, was nicht ist, kann ja noch werden. 90 Meter. Da vorne haben wir dann direkt den nächsten Klunker. Ich weiß gar nicht, wie viele fehlen. Ich glaube, acht haben wir. Haben wir acht? Wow, nicht schlechter Sprung. Ein von allen. Ach so, hier im Südbezirk. Und wie viele insgesamt? Egal, gucke ich gleich nach. Schatz markieren. Acht. Ja, okay. Ich schnapp mir hier gerade mal das Pferd. Das geht dann doch wesentlich schneller. Alter Schwede. Kommt heftig. Hier ist ein Vor. Ach so. Okay, seit wann ist hier ein Vor? Oh, verdammt. Da ist ja noch wer. Wie könnte ich die jetzt ablenken? Warte mal, ich kann hier doch T gedrückt halten. Attentat aufwiegeln Scharfschütze. Ja, das geht ab. Alter, One-Hit-Kill. Und da sind die Türen zu. Jawoll, ja. Alter, alles One-Hit-Kills hier. Ja, oh ja. Kommt jetzt mir hier nicht bei meiner Kombo noch in die Quere. So, gibt es einen anderen Weg da rein? Muss es ja. Oh, daneben. Alter, ihr kleinen Piss-Snaken. Zack. Jawoll. So sieht es aus. So, ich suche mir mal einen anderen Eingang. Jawoll, ja. Bisschen übertrieben der Bogen vielleicht mit unter. Ein bisschen zu viel genau zu viel Schaden, aber ich meine, wenn man gut damit zielen kann und das einfach in den Schädel oder in den Halsramm den Pfeil, ja, dann sieht es schlecht für den aus, ne? So, dann wollen wir mal sehen. Schön. So, da komme ich nicht hoch. Hier aber vielleicht. Jawoll, hier komme ich hoch. Zack. So, und vor mal eben kurz auslöschen. Oder was? BAM. Huh. Nicht schlecht. Finde ich gut, dass sie auch die Umgebung so ein bisschen mit in die Kombos haben einfließen lassen. Dass man den da wie quasi eben, äh, wie quasi eben, wie eben so gegen die Wand wirft und dass er da, ähm, abprallt sozusagen, gegenstößt, zurückfällt und man ihm dann noch eine verpasst. Oh, Mann, ey. He, 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 he. So, mal schauen, was hat denn der Pisser hier bei sich? Ach. Kann ich nicht, Mann. Ach so, weil ich noch im Kampf bin, oder was? Oh, ja, das, ja. Ich habe noch nicht so ganz, äh, das mit den Kontern kapiert, was das hier mal soll und warum kann ich die nicht angreifen? Ah, ja, ja, ja. Nice. Ja, die habe ich mal fett ausgenockt. So, jetzt will ich hier plündern, eine Runde. Und in der Zwischenzeit trinke ich noch was. Ich bin voll durstig irgendwie. Ah. Geil. Das getränkt nicht, dass er die da befummelt. So, reicht erst mal, ne? Okay, Maus spackt da gerade ein bisschen rum. Ach so, hier ist ein anderer Ausgang. Okay. Hier bin ich. Entzünden wir das mal, ne Runde. Ah. So. Dann nichts wie weg hier. Warte einen Moment. Wuh. Zack. Alles klar, den Rest hier noch eliminieren. Oh, verdammt. Da wollte ich gerade Waffe wechseln. Da habe ich gar nicht aufgepasst. Uh. Ha. Das war auch nett. Ey, du Penis. Fiel mir nichts besseres ein. Nee, nicht mit mir. Uuuh. Ah, der ist voll fies, wie er immer hat halt so eine Kurzklinge, den in den Hals rammt, ey. Ei, 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 ei. Oh, verdammt. Ja. Geht gerade nicht. Zack. So, bevor ich hier irgendwas mache. Schloss knacken. So, wieder Maus richtig positionieren und dann... Sollte das was werden? Hallo? Alter, wie lange ich das schon durchhalte hier gerade? Verdammt. Ja, kaum sagt man es, ne? Jawohl, ja. Äh. Na, das hat doch recht gut geklappt. So, was haben wir da dran? 7500, Alter. In den Forz ist immer regel viel Geld. Oder in den Forz. So. Flagge hissen. Ja, runter mit dem alten Lappen da. Sehr gut. Sehr gut. Ein weiteres Forge hört uns. In Boston. Oh ja, da werden sie nach Haus geschickt. So. Ja. Gut. Ähm. Ich weiß nicht, ob es hier irgendwie noch mehr gibt. Hier vielleicht noch eines oder so. Warte mal, es gibt hier doch die Bezirkskarte. In jedem Bezirk gibt es eines vielleicht. Da, da. Dann da oben irgendwo noch. Ich weiß es jetzt nicht. Ich will es aber mal herausfinden. Ich wollte sowieso noch zu dem Gemüseladen. Da hätte ich fast gesagt. Ne, kann ich mich nicht hin teleportieren. Zu dem gemischt waren Händler. Auch wenn ich den nicht unbedingt so bezeichnen würde, wenn er Waffen hat und so ein Zeug. Aber. Nun gut. Gehen wir mal da hin und gucken uns dann mal ein bisschen nördlich noch um. Was es hier noch so gibt. Vielleicht finden wir ja noch ein Vor. Was wir erobern können. Schauen wir uns hier noch kurz um. Hier scheint es nur aufs Schiff zu gehen, was? Ja, gut. Das dazu. So, da kann man es natürlich auch ein bisschen rauszögern. Ach, der überprüft das nur. Kann er gerne machen. Kann er gerne machen. Dann wollen wir mal. Irgendwie scheint es hier nicht mehr wirklich was zu geben.